15 kids mit der um das klingt ja einfach ready 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 let's roll aber ich will immer neue maps alter das muss man machen um wunderbar meine schicke place hole ich dann mal raus hab ich nicht ja aber ich hab die die aus wie selber aber auch die europäische jetzt hat 50 b also die können von hier hier sind sogar und von hier Wo können die kommen? Und von hier? Hier gibt's auch zwei... Nee, geht's hier oben lang? Nee, ne? Hier? Nee. Okay. Hier! Oh, Junge. War richtig gut mit der P250. Oh, umkaufen! Kein Geld. Taxi. Und du? Äh... Ich hab nichts. Hast du Geld? Ich hab 500 übrig. Oh, ja. Dann geh ich dich. Okay. Komm von hier draußen. Okay. Nee, auch da rechts. Also, je nachdem. Oder auch nicht. Einer kommt hier. Ja, nice. Ich lasse. Oh, da ist noch anders. Oh. Jetzt kannst du aber auch rein. Ja. Ich bin aber nicht mehr full life. Ich hab nur 83. Nur so, just for the knowing. Ja. Oh. Oh, die kommen hier bei mir. Alle. Alle? Äh... Also, 3, 4 hab ich auf jeden Fall gesehen. Ob es alle sind? Ja. Kann ich nicht sagen. Die warten jetzt in meiner Smoke, ey. Oh, da hoch! Ja. 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 Aber in meiner... Das liegt an meiner Place. Ich saß... Da lebt doch einer. Lol. Oh. Ich dachte, das wär schon vorbei. Aber sag, warum kann ich denn nicht kaufen? Aber es fehlt dir doch einer. Da oben. Ja, ist okay, Mann. Ja, ist okay, Mann. Ach, ach... Ach, ach! Ach, ach. Ja, police! Ich bin bereit, Mann. Ich bin bereit, mich zu sein. Wenn Sie uns servivieren, dann. Okay, mal gucken, was als nächstes kommt. Die grünen Weg kennst du also noch nicht, ja? Mhm. Mit einer LM4. Zehn Headshots. A Steam Park and Wetwork. Denk mal hin. You're basically living out my dream-based... Die Mav hatte ich jetzt noch nicht. Die aussieht wie Disneyland. Mhm. Wir brauchen mal eine Mission mit SG oder mit Aug. Oder Ork. Ja, oder Ork. Oder mit Neger. Lieber nicht. Das ist auch voll viele Wege, kann es sein? Mhm. Mal gucken, wie weit man hier raus darf. Okay, bis zur Treppe. Und dann kann man hier noch... Oh. Warte hier! Ich komme. Ich komme. Der andere ist andersrum. Der kommt rechts da. Treppe, glaube ich. Du bist ja wieder zurückgelaufen. Ja. Ich denke, er ist ein bisschen scared of us. Ich denke, er ist ein bisschen scared of us. Ich denke, er ist ein bisschen scared of us. Was? Ich komme nicht hoch. Nico, komm mal her. Man kann nicht boosten. Aber ich habe einen Weg. Hey. Yes, yes. I found it before you. Oh, hier darf man nicht sein. Oh, hier gibt es 3er und Wind. So Headshots zu machen, ne? Was? Headshots. Oh, die kommen hier. Die kommen hier. Ich habe einen M4. Ja, ich habe einen M4. So. Ja, komm her. Das sounds very good. Oh, hier ist er. Komm her. Geh die Treppe hoch. Die kleine hier. Cool. Warum hast du so viel... Achso, okay. Ich habe erst einen Kill. Hast du Geld? Nicht genug für den M4. Okay, dann muss ich noch eine Runde so spielen. Okay, dann muss ich noch eine Runde so spielen. Ich schieße sie einfach schon ein paar Mal an. Oh, hier unten. Oh. Keep fighting like that. And they don't have a chance in hell. Hilfe, Hilfe. Juhu. Okay, passt. Oh. Ah. Äh, da. Jawoll. Also jetzt nur noch Headshots. Okay. Ich will 3 hin, mein Freund. Headshots mit M4 ist nicht so einfach für mich. Hm. Bevor ich die überhaupt gekillt kriege. Ist doch global, da muss man das doch können. Kann ich auch. Das machst du nicht gerne, weißt du. Nein! Aber läuft doch. Ja. Ich weiß nicht, was du hast. Ist denn der Realt? Ach, Nico. Wir müssen eh nochmal eine Runde. Ja. Ich finde das Dreirad so toll. Ich will Dreirad fahren. Guck da. Oh. Ich kann mal hier wegschießen. Nein. Drei Sterne. Very nice, my friend. So, was haben wir denn jetzt? Mit der MP9. 15 Kills. Auf Inferno. Felix wants you light and mobile, so you're going to be focusing on the MP9. Das ist cool, dass man quasi immer noch mal so alle Waffen spielt. Mhm. Ich brauche wieder ganz normal killen, muss kein Headshot sein. Los, 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 ich bin schon ganz aufgeregt. Ready. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, ich spiele bis heute noch durch. Wann musst du los? Kurz vor sieben. Oh, jetzt ist er gleich. Ah, wir haben es 10,86. Ja, sag ich. Und dann nachher noch Formel 1 fahren und dann kriege ich wieder Damenbesuch. Und dann ist morgen Vatertag und ja. Was bei dir? Ja. Ja. Tja man, wir gehen morgen schön wandern. Du auch? Ja, ich gehe Motorrad fahr. Oh. Nicht, dass du über die ganze Stadt gleich rüberfährst. Ich würde ja gerne mal Terror spielen, dann kannst du mal bei der ARK sehen, aber... Time for a little urban combat. Okay. Wo willst du abdecken? Ist mir egal. Ich gehe da runter in das Pit gedönster. Okay. Dann bleibe ich hier und gucke so, ne? Oh, alles klar. Oh, Alter, direkt Team-Schaden, äh, Team-Schaden, ja, ja, ja. Aber kann einfach komplett um den Spot rumlaufen. Echt? Ja. Oh, Hilfe! Sind die nach oben alle? Ne, die kommen alle in den Spot. Einer noch mit 25, ne mit 15. Oh, ich kann sogar ein bisschen ins Haus rein. Oh, die kommen bitte. Ha! Nice. Oh, der letzte läuft zu B rüber. Feige Sau, Alter. Da ist Banane reingelaufen. No. No. Da kannst du auch nicht weiter. No. Oh, du kannst hier oben in die Dinger rein. Mit einem Fäuschen. Vor da hinten. Ah! Bleib hier! Er dreht sich erstmal. Oh, die spiele ich immer noch mit Lautsprechern, ne? Pfff. Alles! Ich kann mir one-tap. Ich habe Vertrauen, Nico. Oh. Ich nicht. Oh, oh. 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 Der war ein bisschen daneben gesprayt. Der letzte Slime-Bubbie hast ja gesehen. Ja. Ich bin einfach blöd! Ich bin lieber nicht so offensiv. Lass sie einfach kommen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Okay. Ich bin schon auf dem Ort. F***, der Blende ist jetzt. doch auch ich stehe nicht so offensiv er wollte so auch gleich was er ist dort das geht das ist etwas sehr gut was er gehört So dann, na, hab ich ihn weggemacht, dann wollte ich zurück und dann kam die Scout. Mann. Oh. Die gehen zur B rüber. Ich weiß nicht, ob es alle, aber ein paar habe ich gesehen. Nee, nicht alle. Balkon. Oh, geblickt. Da berühlt es mal was. Nice. Oh, beim Kopf, wenn ich keine Zeit habe. Da freu ich mich aber auch, du. Du machst das, Shane. Oh, 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 oh. Einer lebt, da? Ja. Aua. Aua. Hilfe. Mitte, Mitte. Drei Leute auf jeden Fall. Der Monor war nix, ne? Alle, 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 alle. Ich bin gleich tot. Leute, ich gehe mal andersrum. Und spot. Blinded. Oh, nice. Oh. Einen brauchen wir noch. Ja, ich kaufe mir mal eine andere Waffe, ne? Wegen der Siegerheit. Dann bleib aber def. Ja, ich gucke hier in der Mitte, wo die langgehen. Ey, wir brauchen einen MP9-Kill. Ja, ja, einer ist, glaube ich, zu B. Ich dachte, ich kann die alle an hinten. Dass ich sie töte, war dann unglücklich. Liegt hier nicht nur einer rum? Nur nicht zufällig? Boah, ich habe da einen MP9 innerhalb. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das war meiner. Das war ja auch gar kein Problem für uns. Okay, okay, noch eine. Ja, eine geht. Okay, okay, noch eine.